Alright, wollen wir kurz was kleines, so mäßiges Browser-Game mäßig zocken, während wir auf die Jungs warten? Klar, ja klar, ja klar. Ey, lass schon mal real talk, lass warm up'n. In Counter-Strike? Nein, in Bomb-Party. Du musst unbedingt F11 machen, bevor du Screen zeigst. Ja, mach ich. Ist das Schummeln, wenn wir das machen? Nee, oder? Kann man schon machen. Okay, ich bin bei Bomb, ich bin drin. Okay, okay, du musst dann unten aufs Spiel beitreten machen. Ja, bin ich. Und es funktioniert folgendermaßen. Wir spielen jetzt eins gegen eins, aber... Also die Bombe tickt immer schneller und zeigt immer auf irgendwen. Und dann ist da halt immer noch so eine Silbe, also sowas wie SCH, was ich vorhin meinte. Okay, okay, ich check. Es ist ziemlich easy, du musst einfach ein Wort sagen. Wir haben nur deutsche Wörter und was war es? Ich glaube, Länder gehen, aber Städte gehen meistens nicht oder so. Aber Länder gehen, glaube ich, auch manchmal nicht. Es ist ein bisschen random, was manchmal geht und was nicht. Und so, wo Ä, Ü, Ü und so geht, das steht... Aber wenn du zum Beispiel Schläger machen würdest, würde da Schlager stehen. Aber das wäre trotzdem als Schläger. Aber du musst A, E oder was? Nee, nee, nee. Tipp trotzdem Ä ein, aber da steht dann trotzdem... Nur A. Du wirst es gleich checken, ist no brainer. Und Namen gehen auch nicht, eigenen Namen gehen auch nicht, ja. Lass uns ein Go geben. All right, let's go. Und man muss im Chat schreiben für die Antwort, ne? Ja, genau, hier schreiben, um zu chatten, ja. Oder nee, ich glaube, da kommt gleich so ein, äh, so ein Fels zum Eingeben. Ich habe schon wieder so lange nicht mehr gespielt, Digga. All right, all right, all right. Ach so, und, äh, oh, wichtige Mechanik. Es gibt so Buchstaben hier, diese an der Seite. Ja, ja. Und guck mal, ich mache jetzt nicht Erbe, sondern ich mache Erbstück, weil dadurch hake ich rechts mehr Sachen ab. Ich habe jetzt mehr Sachen abgehakt rechts. Wenn du alle abgehakt hast, kriegst du ein Leben dazu. Wow, okay, check. Und, genau, wenn die Bomber explodiert, verlierst du ein Leben. Digga. Als ob Tanzverbot nicht geht. Hä? Tanzverein gibt es nicht, Digga. Wie wollen die f***en hier? Hattenfänger. Ähm, hinzu. Ja, Mistik. Nein, oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Die haben mich gef***t, Digga. Fuck. Was soll Tanzuni sein, Digga? Tanzuni, Mann, keine Ahnung. Äh. Was? Realitätsfern geht? Also, bro, aber das ist ja auch wirklich random. Realität. Anni du Duck. Äh. 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 Anni du Duck, Digga. Oh Gott. Wie schnell tickt das? Ist das hier ein Dreimal? Ja, 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 die Bombe tickt einfach. Die piept dann auch irgendwann. Höh. Diese B***de. Äh. EA Games. Bo, 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 bo. Ist in a game. Mann, was? Das ist aber auch ernst schwer. Äh, Lea. Äh, Thea. Seher. Äh. Warum kannst du so viel machen? Cream. Warum konntest du dann so viel machen und bei mir ist es so schnell explodiert, Kevin? Äh, Tonpegel. Oh mein Gott, Tonpegel? Hallo, hallo? Ich weiß es nicht, bro. Manchmal, je länger wir halt spielen, desto schneller explodiert die halt. Okay. Manchmal ist es so, dass du eine falsch machst und es explodiert direkt. Alter. Ach so, genau. Wenn ich eins verkacke, kriegst du immer die Silbe auch noch. Also, die Silbe überlebt sozusagen eins weiter, wenn... Oh, das ist so krank. Stolz. Ähm. Nochmal stolz. Stückig. Stolzi. Stolzheit. Stolzer. Äh, du kannst kein Wort doppelt machen, by the way. Okay. Äh, Tennis-Schläger. Boah, guck mal, ich bin echt hier... Boah, ich hab gleich alle Buchstaben, Bro. Mir fehlen nur noch V, W und P. Dann krieg ich ein Leben zurück. Nedeh. Hä, ich hab Nadel eingegeben? Nedeh. Ja, du warst so langsam. Du warst so langsam. Okay, okay, okay. Alright, easy, noch eine Runde? Noch eine Runde, ja. Ach, geil, ich find's übergeil. Ja, das ist irgendwie ganz geil. Und das spielen wir halt dann nachher mit 4 und wenn er dann halt als letztes überlebt, der bekommt halt einen Punkt fürs Team. Und dann machen wir... Fürs Team, ja. Machen wir ein BO3 oder so nachher? Ich weiß nicht, müssen wir mit den Jungs da blabbern. Real shit geiles Game. Ähm, Kevin, danke für den Sub. Philipp, der, die das, Chemux. Vielen Dank für alle Subs, Chat. Falls ihr... Noch, hast du gerade Isis-Ei gegeben? Nein. Bro, du schreibst in den Chat rein. Du musst es unten unterschreiben, ja. Ähm, falls ihr noch keinen Sub habt und ihr habt noch einen Touchpad rumliegen vor, dann würde ich den vom Ding her nehmen. Ähm, geben mehr Wörter, geben irgendwas mehr Punkte? Also längere Wörter, geben das mehr Punkte? Ähm, warte, warte, ganz kurz. Ähm, nee, aber wenn du längere Wörter machst, kriegst du halt mehr Buchstabenrechts weg meistens, weißt du? Okay. Warum, aber warum geht Wanderlust nicht? Ist das auf Deutsch eingestellt? Ja, ja, ist auf Deutsch. Es sind halt nur 500, äh, 500 Wörter, glaube ich, oder so. Bro, what the fuck? Ey, äh, Achim mit dem neuen Sub, Bro, von der Leyen mit den 92 Monaten. Luca, Berlin, Girl. Danke für die Support, Mann. Vielen Dank, Mann. Lies den Sub von Chemux vor. Chemux kann sich f***en gehen. Dachriemen. Bro, das ist doch ultra einfach. Was hättest du denn gemacht? Ja, Christ. Ähm. Oh mein Gott, Digger, bin ich dumm? Oh mein Gott. Ui. Ui. Äh. Aber du musst auch irgendwann was reinschreiben, ne, Felix? Ja, ja. Du kannst halt den hier machen. Oh ja. Also nicht, dass du ihn machst, sondern dass du den reinschreibst halt. Ey, ich, ich, ich. Ähm. Vier. Ähm. Oh, nee. Torverlust. Was? Ach, Mann, keine Ahnung. Äh, Rohrverlust. Digga, kann doch sein, dass er ein Rohr verliert, Bro. Guck mal, wie viel er einnehmen kann, ohne dass es... Rohr verlegen. Rohr... Digger, drei falsch? Äh, Tor... Fa... Faul. Klassisches Torfoul mit V-A-U-L. Klassisches Torfoul. Fa... Verhalten. Also, sorry. Ar... 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 Ja? Ja. Anfänger. Bro, mir fehlen nur noch V und W, der krieg ich die Leber zurück. LBS Bauchspart. Alter, Al... Digga, LBS ist todschwer, Bro, keine Ahnung. Kalbs... Oh mein Gott, ich hab was. Was hast du? Ich hab was. Mann, Junge. Kalbs. Was? Was? Der ist Kalbs. Äh... Mann, was? Wie will ich Zeit, Bro? Äh... Lohnt. Ha... Ha... Gefickt. Schlage. Warte, ich war irgendwas mit V und W, Digga. Gewickt. Äh... Äh... Verrücken. Boom, ich hab ein Leben zurückbekommen. Let's go! Äh... So. Guck mal, Z abgehakt. Paul. Äh... Papa. 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 Mann, ey. Digga. Insolvent. Äh... Fuck. Äh... Oh, das ist schwer. Das ist krass. Shit. Shit. Lit. Oh mein Gott, lit! Lit! In Augenliden, Digga! Yo! Team! Noch eins, noch eins. Digga, 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 Digga. Boah, aber krass, dass du alle bestanden hast. Startexamen bestanden jetzt eineinhalb Zahnarzt. Ja, die haben müssen eingehen. Was heißt eineinhalb Zahnarzt, Bro? Geh rein nochmal, Kevin. Luke, danke für... Ja, ja, es geht schon los. Scheiße. Äh, danke für die drei, Bro. Viel Liebe, Mann. Viel Liebe. Boah, was ist das? Beefy. 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 Äh... Äh... Was? Ja, ich hab was. Scheiße. Was hast du denn? Was findet man denn da? Beefy. Digga, wüsste ich nicht. Weiß Lena, dass das hier existiert? Oh mein Gott. Was hättest du gehabt bei Evey? Oh mein Gott, das kannte ich nicht. Wifi? Oh mein Gott. Digga, wir müssen uns gleich was angucken von Lena, Bro. Digga, jemand hat mir gerade ein Video gelinkt, wo Lena tanzt. Lena Niesen? Ja, auf dem, auf dem, äh, auf dem Peatsmeet-Kanal, Bro. Das müssen wir uns angucken. Sie wird das hassen, dass wir das tun, aber wir müssen es machen. Ähm. Digga, I don't fucking know. HW. Boah, I don't know. Digga, weiß ich nicht. Mh. Boah, schwer einfach. True, schwer. Oh mein Gott, ja. Mann, Afi, was denn? Da kommst du da, da kommst du da. Afinder, der Afinder. Fick dich. Keine Ahnung, Mann. Also, obviously meinte ich das nicht ernst, aber mir fällt nichts ein. Tobi, soll ich wirklich nicht? Soll ich wirklich nicht? Tobi hat Angst und Sinn, Job. Tobi hat Angst und Sinn, Job. Tafi, Tafi. What the fuck? Ähm. Weiß ich nicht, Digga. Schwafi, Lafi, äh, Lafi, Tafi, Safi, Mafi, 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 äh, ja, I don't fucking know. Mafia, oh mein Gott. Mafia smart. Mann, Digga, NFE Tonfehler. Alter. I don't fucking know, Digga. Wann, wir gehen Olympiade in 15 Minuten. Tarnfeld. Ich weiß nicht, ob Twi-Meki schon ready ist. Tarnfee, oh mein Gott. Okay, Twi-Meki muss hier gerade noch sein Clip of Clans-Ding zu Ende zocken. Meki, Meki, Meki. Und dann ist er ready. Äh, Stier. Boah. Bernstein. Ich finde eine Sache, oh, äh. Mist, schreibt Mist. Scheiße, Digga. Boah, noch eins. Ich finde das ja wirklich geil. Ja, ja, ist geil. Eine Sache, die ich am Süden übelst geil finde, ist, wenn die, ich glaube, es ist so ein Stuttgart-Ding, wenn die so sagen, äh, ja, das ist, das war voll Stier am Wochenende. Kennst du das? Ne, war voll Stier. Ja, ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber ich finde das geil, das hört sich nice an. Okay. Ich finde, das sollte man sagen. Was ist, wenn das irgend so eine rechte Parole ist? Ne, das ist, das glaube ich nicht. Ah, ich habe keine Ahnung, Bro. Escape. Ach so, Escape ist ein deutsches Wort, oder was? Ähm, verrücken. Alter. Ja, das, ja, genau. Ach so, ach so. Ach so, aber Engländer gibt es, oder was, oder was? Scheitspiel, Digger. Was warst du mal in Bombenstimmung? Ja. Äh, Tart. Ähm, äh, Mann, alter Wieland, die Zeit ist so scheiße. Das muss es als gutes Leben geben. Schau doch, Wieland. Nein. Ähm. Nein, Mann, du kleiner Mastard, du kleiner Mastard, wie wir die Zeit noch mal denn haben? Wahrscheinlich Otto Mohl, oder? Das heißt Otto Mohl, du Vollidiot. Mann, keine Ahnung, Digger. Uli. Otto Normal heißt das wahrscheinlich auch. Trolli. Trolli. Äh, fucking, I don't know, Bro. Äh, 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 Salibulani, Salibulani, Salibulani. Gulli, Gulli, oh mein Gott. Was? Oh mein Gott. Wer, du darfst jetzt auch in dein Leben verlieren, das wäre crazy, Bro. Du kannst auch Gulli einfach hinschreiben, ne? Hab ich, ah, äh. Alter. Oh mein Gott, mir fehlt nur noch das W, ich muss irgendwas mit W hinbekommen, dann kriege ich ein Leben zurück. Ich muss irgendwas mit W hinbekommen, dann kriege ich ein Leben zurück. Rrk. What the fuck? Ah, fuck, was mach ich? Äh. RC? Äh, 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 äh. Aha. Ah, fuck, ah, Architektur, boom! Boah. Oh mein Gott. Ähm, lohnt. Zint, Zint. Oh mein Gott. Riemen? Ja, man, ich brauch irgendwas mit W eigentlich. Och, was ist denn das schon wieder? Iwi, Digga. Iwi. I don't know, Bro, weiß ich nicht. Bro, 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 aber wie schnell auch. Zivilist. Boah, meisi. Alter. Easy. Gekauft. Äh, nieder. Ich brauch irgendwas mit W, Digga. Ich brauch auch nur noch W, ich brauch auch nur noch W. Come on. Aufgespielt. Come on. Du kleiner W***er. Ja, ja. Man, fuck, Digga. Oh mein Gott, du musst auch ein Leben verlieren, das wär so wichtig. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Let's go. Hab auch ein Leben dazu bekommen. Oh. Fuck. Da haben wir den, das Crackspy Thumbnail, perfekt. Ähm, rausgelaufen. Was? Nein, nein, nein. Äh, rotzte. Was? Reiter. Äh, Flügel. Bro, das ist die most intense Runde, die wir je gespielt haben. What the fuck? Eng. Eng. Testos, Testo, einfach Testos, 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 Testos. Okay, safe, 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 safe. Oh, Rohrbruch. Äh, Umstellung. Äh, oh mein Gott. Go, go, go. Äh, schwach. Nein, nein, nein. Stilvoll. Äh, wird. Scheiße. Äh, oh nein, was ist das? Nein, das haben wir vorhin fast. Oh, fuck. Oh, fuck. Was hat mir denn, Digger? Oh, fuck. Nein. 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 Haha, du bist gefilmt. Du bist gefilmt. Konver, 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 tieren. Oh mein Gott, warst du langsam, du kleiner Bastard. Alter. GG, Bro, GG. Oh mein Gott. GG. Oh mein Gott. Sollen wir noch eine Runde machen? Ja, ja, ja. Okay, Max ruft an, wir machen noch eine Runde, dann sind wir da. Ja, ja, ja. Ist Wieland denn da? Äh, ja, ich glaube, Wieland ist auch gleich da sein. Ich weiß nicht, ist Wieland schon da? Nee. Aber wir klingeln da, ich glaube noch. Aha. Ah. Tobi hat mich gerade bei Whatsapp gefragt, was das hier ist. Kevin, du bist dran. Oh ja. Nee, lasst lieber das Leder-Video nicht gucken. Nicht, dass ihr dann merkt es oder so. Mhm. Rick Owens. Fuck, man! Ich habe richtig das Bedürfnis, um meine Hose auszuziehen. Ich glaube, ich muss meine Hose gleich noch ausziehen. Oh mein Gott. Okay. Wir sind fucking ready gleich. Checkst du? Ich glaube auch, ich glaube auch. Äh. Worcester. Was? Nein. Nein. Nein, 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 nein. Fuck, was hatten wir hier gerade? Okay, Wieland ist auch gleich da. Ich habe gerade geschrieben. Perk. Perk. Aber man schreibt Worcester, man schreibt das ohne H. Perkocet. Digga, was ist das? Perkocet. 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 Marley Perkocet. Ja, ja. Boom, easy. Ich habe mal so ein Video gesehen von Max, diese Worcester-Source, weil das so schwer auszusprechen, die ist einfach W-Source genannt. Auch super gut gedribbelt. Ähm. Äh. 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 Tisi. Fisi. Fisi. Isis. Kiesis. Kiesis. Kriisi. Äh. Lisi. Wie sieht? Was? Was? Sagt man das auf Deutsch? Visit? 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 Visit. Ja, eine Visite. Digga, warte. Drei Sekunden habe ich oder was? Ja, ja. Wenn wir schon lange spielen, dann ja. Äh. Fing. 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 Äh. Lohnt. Fing. Äh. Schwmieren. Ich muss das mit G und K holen. Nein! Ich During, warum gebe das nicht ein? Ich habe versucht einen scheiß wehzumachen, ich kleiner Huchen-Sohn. Ich darf. Keine Ahnung was Fonnes ist aber... Mauke. Äh.. Otta. Gerade war das schon mal anders. Oh mein Gott Bist du dumm? Ach ja, oh mein Gott, du hast recht Ich hab gerade Otter mit A geschrieben Bart Tafel Bartafel? Mann, ich geb aus Attacke, oh mein Gott Mann, du kleine H*** Wie will ich Zeit haben, Alter? Kommt noch eine Schnelle? Dieses Dreckspiel, nee, die Jungs sind schon da Ja, dann noch eine Schnelle Wir können alle mit Max zocken Wir müssen eh noch ganz gut auf Wiedern machen Lasst schon mal, Maxi Ich mach ne neue Discord-Gruppe auf Hallo? Servus Ey, moin Geil, dass das spontan geklappt hat Ey, wir spielen gerade so dieses Wörter-Game Ich glaube, das haben wir schon mal gespielt Spielen wir auch gleich Willst du eine Runde mitspielen? Hab ich noch nie gespielt, aber ja, komm Okay, dann lass kurz einmal rausgehen, äh, Felix Ja, ja Dann mach ich kurz ne neue Lobby auf Also, ganz kurz, damit du checkst, wie es funktioniert Ähm, wir sind quasi Wie geht man raus? Ich hab grad schon ne Runde bei euch zugeguckt Okay, dann checkst du's, ne? Aber ich bin crazy Endlevel-Ultralegastheniker Okay, du darfst diese Website nicht leaken Bitte einfach F11 drücken im Browser Dass oben der Link weg ist Dann kannst du's zeigen Okay Alright, ich bin drin Hab's geleakt, scheiße Wirklich? Da geh einfach schnell rein, dann reicht's noch Du musst du's Spiel betreten machen, schnell Es können nur drei Leute joinen Also eigentlich sollte es klappen Das ist crazy, Bro Wie kann das nur passieren? Wirklich Das ist wirklich Wie passiert das? Hab ich natürlich nicht, aber das wäre der Klassiker gewesen Hast du mich dran bekommen Äh, Jo, Kevin hatte dich letzte Woche oder so am Hauptbahnhof in München getroffen Okay, bin drin Und du checkst, wenn du alle Buchstaben einmal gemacht hast Vom Alphabet, dann kriegst du ein Leben zurück Achso Boah, wie schnell dreht das? Hä? Ich mach das Man, ich kenne Hupensohn, Digga, ich bin so ein Bastard Boah, krass Die Uhrzeit Hier ist ja die Uhr schon drin Ähm Boah, wie schnell dreht ihr das? F***, ich weiß nix Schere Oh mein Gott Geht? Ja, so Wahrscheinlich so eingedeutschter Ausruf oder so Ja, genau Äh Unsicher Oh, ich hätte so Wow, der war nicht schlecht Bei so Free-Sachen kann man so viele Buchstaben mit reinbringen eigentlich Boah, stark Ja, Kehr Mathe Der Kehrkehr Der Kehrkehr Als NoJol Otter war das Crazieste bis jetzt Ey, was ist das? Ah, Ungeduld? Was ist das? Ja, das ist nicht verschrieben Ungeduld Achso Ach, kann man nur eins? Kann man nicht löschen? Je länger wir spielen, desto weniger Zeit hast du Äh, 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 äh Oh, das wär, hier wär easy Oh, Mann, f***, keine Ahnung, Digga, was ist denn mit NP, Bro? Oh, Mathe mit Doppelt-T ist crazy Boah hat Max grad gestöhnt Ich, äh, äh, das gibt's halt, Bro, ich weiß nicht, wie du's weißt Hey, wenn ich einfach so lebe, wie kann ich die Bombe weiterreiten? Was? Was meinst du? Wie kann, wie kann ich, ich weiß nicht Welche Sprache hast du gerade gesprungen? Ich will sie weiterleiten Kann ich die einfach erleben, was ist, sie geht weiter? Nein Ach du Scheiße Äh Ja, Bro, also, bitte Hä, was ist denn das, bitte? Der, Bro Was steht da? Ich wüsste auch keins NKE, Digga, keine Ahnung Was? Ja, dann danke für den Punkt gleich, ne? Boah, stark Äh Classic Da haben wir gleich das zweite Crackspy Thumbnail auch noch ready Und beides von mir, so ne Scheiße Ähm Ne, fuck Wem? Ähm Boom Was, ähm Was? Ja, man hat richtig wenig Zeit, wenn es so lange geht Hm Ja, Felix ist drin, ne? Felix ist drin jetzt langsam Felix ist da übel drin Ja, ja Geil Erbstock 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 Erfels Erfels crazy, Digga, I don't know Erfels 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 Ja, das stimmt. Über was redet ihr, Digga?